Was bewegt mich? Was treibt mich an? Wer begleitet mich eigentlich auf meinem Weg? Sie führt mich. Sie bringt mich, wohin ich will. Hilft mir, mich immer weiterzuentwickeln, ohne dass sie dabei selbst aufhört, besser zu werden. Sie geht mit mir vor, wenn das Leben beginnt zu rennen. Tagtäglich ist sie mein Begleiter auf dem Weg zur Arbeit. Egal ob formulieren oder fixieren. Egal ob schnell, robust oder detailliert. Sie ist mein Wegbegleiter, um über die Hansastadt hinauszuschauen. Egal welches Wappen ich auf der Brust trage, für welchen Verein mein Herz schlägt. Denn sie entschleunigt meine Welt und inspiriert meinen Weg. Nur einen kleinen Schritt über die Schwelle und einfach mal abschalten. Hafen, Alster oder Schanze. Egal ob Tag oder Nacht. Sie lässt mich nicht vor verschlossener Tür stehen. Denn sie kennt Hamburg, meine Perle. Was mich bewegt? Sie. Schanze. Vielen Dank.